Mein Name ist Emir, ich bin 25 und bin gelernter Damen und Herrenpfiff. Die Sebastian Produkte setze ich seit mehreren Jahren ein und sie sind heute noch ein Werkzeug meiner Kreativität. Ich glaube, es ist ein Glück, ich glaube, es ist ein Glück, ich glaube, es ist ein Glück. 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 Ich hatte die Gelegenheit, an diversen internationalen Sebastian Workshops teilzunehmen. Bei Sebastian suche ich eine neue Herausforderung, um meine Skills zu erweitern. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf euch.